Entschuldigt, Herr. Könntet ihr mir helfen? Ihr könnt euch ein Fuffi verdienen. Da oben wird nur eine Freundin von mir und die will mich nicht mehr einlassen. Wenn ihr sie überreden könntet, dass ihr vielleicht doch die Tür aufmacht, dann könnt ihr euch ein Fuffi verdienen. Ja, ist sie. Olga Giesko. Erkennst du Olga? Klar, Olga, oben. Okay. Komm mit. Ich werde hier was machen. Wer bist denn du? Steht doch da.